Ja und Damen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute etwas zu spät nicht, aber heute etwas später reingeswitcht hier. Ich musste den Herrn hier neben mir am Mikrofon kurz mal unterbrechen. Man sieht es vielleicht schon hier neben mir, da steht das ungetüm. Hallöchen, möchtest du dich denn vorstellen? Ja, vielleicht kennt ihr mich noch von früher. Ich bin der liebe Wolke. Ich bin mal wieder mit am Start. Ich habe mir immer gedacht, zocken wir mal wieder eine Runde zusammen hier. Was mir gerade auffällt, beim eigenen Charakter ist das Level auf der linken Seite, beim anderen Charakter ist es auf der rechten Seite. Stimmt. Mein Balken ist auch grün und dein Handel. Bist du nicht eigentlich Wald? Ich dachte, du bist Jungle. Ja, ich schnuppere hier mal ein bisschen rum. Ich helfe dir mal beim Red. Wir gehen mal zum Red Buff. Normalerweise hängt unseren Blue Buff an, aber egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall, wir haben ja mit Timo Orden, hier ist der Red Buff. Wir haben ja mit Timo Orden dich verkackt in der letzten Folge. Und darum werde ich jetzt nochmal Timo spielen und der Wolke spielt Wolke. Und in der nächsten Runde wird es dann hoffentlich so sein, dass ich die Wolke spiele und er spielt den Timo. Genau. Hast du die letzte Runde denn auch schon aufgenommen oder was? Die letzte habe ich auch aufgenommen. Da hat dann das ganze Team 5 zu 0 aufgegeben, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Ich habe am besten durchgehalten noch am Anfang mit und dann irgendwann hat es mich dann auch erwischt und da war es irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube es war 30 zu 10 oder so für die Gegner. Und dann haben wir alle aufgegeben, weil es hat einfach nichts gebracht. Ähm, willst du mal? Ach naja, egal. Jetzt sind doch was einen da. Okay, drauf. So, okay. Ich sehe gerade, äh, ich glaube du musst mit runterkommen sehe ich gerade. Äh, doch, du musst, du bist gar nicht Jungle. LOL, du bist kein Jungle. Du bist hier unten mit. Was machen die? Warum sind jetzt Surf und Top? Ah, ist gut. Das ist eine gute Frage. Dann wollen wir als Gegner. Ja, ich meine, wir haben beide einen, ähm, Tank und beide ein, ähm, Tank und ich eventuell gleich mal anklassen. Boah, ja, genau. Wobei, es ist natürlich auch, wenn du Blendschluss hast, wäre das natürlich auch. Den habe ich noch nicht, aber ich bin, warum bin ich so extrem eingekratzt? Weil, ähm, jetzt habe ich den schon. Aber wenn du siehst. Oh, geil. Du hast den nämlich. Ordentlich getroffen schon, ey. Wollen wir den mal gleich hinterher? Naja, bringt nichts, aber die beiden noch zu viel. Vorsicht, weg da. Wenn du den Blendschluss hast, dann können sie es nachfragen. Nämlich kurze Info, ich würde gegen den, genau gegen den würde ich gehen. Genau gegen den würde ich als erstes gehen. Weil der macht den Schaden. Und der lässt sich, ja, der lässt sich um, übelst gleich killen, habe ich so das Gefühl. Der geht jetzt schon nach hinten. Dann können wir uns mal auf den Volleyball gleich konzentrieren, weil der Volleyball ist alleine schutzlos. Ja, was hat alles funktioniert? Wir haben mal kurz noch. So, ja, jetzt habe ich gleich mal. Und jetzt habe ich gleich mal hier drauf. Und das ist doof, ey. So, hier habe ich jetzt mal einen Portwein. Genau. Ja, leuchtet uns mal kurz hier das Gras. Ja, weil du so leuchtet bist, meinst du? Mein Gift ist auf zwei jetzt. Ja, wir müssen es bei Ihnen, denn der kommt gleich zurück, der Typ. Ich glaube, es wird so schnell nichts, wie ich mir das vorstelle. Nee. Oh, aber geblendet habe ich ihn gleich mit. Aua. Hallo? Ah, ist... Der hätte echt jetzt schon übelst leben. Aber ich habe ihn dreimal geworfen. Ich habe ihn dreimal geworfen. Das ist schon mal sehr gut. Was ich doof finde, in dem ist, dass der nicht hinterhauen kann. Und das wird bestimmt auch noch zum Verhängnis für mich werden. Hat mich auch vor und bei dem... Ähm... Die Sinn immer so gestört, der hat mich gefühlt, weil... Ja, genau das meine ich, genau das. Alter, Arzthöpf? Bist du gut draufgegangen? Ja. Na, einmal nach hinten, und ich glaube, dann hat mich der Torf auch mit angegriffen. Da kam für sie noch dazu, da... Ja, ich habe da noch versucht, den Druck rauszumachen, aber ich habe... Statt FD erwischt. Ich dummestück. Ich versuche gerade irgendwie... Pass auf, wo die Bär ist. Ja, ich sehe es gerade. Ich muss mal ganz kurz, ich muss dich mal glauben, ich muss den später mal ein bisschen leiser stellen, weil ich dich sonst nicht höre. Weil es bei Steam bist du so schön laut gewählt, äh... bei Steam bist du immer so leiser. Ja, das ist wirklich extrem so viel mit dem. Warum bin ich bei Steam immer leiser? Ich weiß nicht, jetzt müssen wir beim Steam liegen, weil ich bin dann bei dir ja bestimmt nicht leiser, oder? Ja, war angenehm. Nicht zu laut, nicht zu leiser. Wir haben vergleich zu meinem Spiel bist du zum Beispiel ziemlich leiser. Mein Spiel war auf 20%, äh, 30% gerade. Also ich habe meist auf 16 gestellt. Okay, ja gut, ich versuche halt immer so ein bisschen... äh, Spiele-Feeling mitzunehmen, ne? Auf den, auf den... Oh, ja, 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 ja. Den haben wir auch schon auf den... Oh, aber ich habe gesagt, aber dann kann der Traum. Ja. Aber der Wolli-Bär ist weg, hast du gemerkt? Ich glaube, die tun sich abwechselnd mit Base gehen. Das hat sich nicht schlecht, aber... Oh, jetzt hier. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Der ist nicht weg. Fuck, Hilfe. Ah, ah, ah. Kriegst du den, kriegst du den? Ne, kriegst du den nicht, gell? Äh. Scheiße. Hm, das ging ja nicht so gut los. War ein bisschen unvorsichtig. War ein bisschen unvorsichtig. Ja, meine Guten, das wird wohl... ... jetzt ein schwieriger Start. Ja, unser Team scheint auch nicht wirklich, äh... ... etwas rausholen zu können, so wie das aussieht. Ich muss noch ganz kurz mal 10 Gold auch schon... ... also ich spiele auf Epic Area, wie ich schon in der letzten Runde... ... meine Roots sind auf... ... meine Roots sind auf... ... Angriff ausgelegt... ... und meine... ... eine Meisterschaft ist auf Epic Area ausgelegt, also... ... das... ... für die nächsten passiert. Ja, wie der Wolke, der spielt gerade... ... weiß ich nicht, aber ich glaube, der Wolke spielt wahrscheinlich auf Tank. Genau. Also... ... Ziel 5000 live. Genau, das werde ich, denke ich, mal auch... ... erreichen können, also sollte ich erreichen. Also habe ich sonst immer erreicht. Wenn ich, äh, meine 6, äh... ... Viecher fressern, dann... Ja, du hattest am Ende, glaube ich, 150 pro Minion, oder? Extra. Äh... Boah, der Typ, der ist fast down. Nein, ich krieg den nicht, und schade. Ja, ich hab den gerade die ganze Zeit mit meinen Staffeln verarbeitet. Ich könnte eventuell reinspringen. Oh, oh. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Die krieg ich dann, die krieg ich dann. He, 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 he. Der Torwart hat mich... ... der Torwart hat mich nicht mehr angegriffen. Jetzt kannst du fressen. Na, das ist ja geil. Dann sag mir nur, wenn ich den einen übrig lassen soll. Jo, nein, hat er nicht. Das wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Ja, ich weiß, das ist ja nicht... Speziale Fähigkeit, ja. So, Turm, 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 Turm. So... Oh, weg, 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 weg! Weg, 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 du, du, greif, du, 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 du... Oh, sorry. Vorsicht, weg! Zurück, 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 zurück! Der hat Level 4! Das macht der? Scheiße... Ich dachte, er wischt, nochmal, schade eigentlich... Oh... Egal. ordentlich noch nicht nur die gingen das kann ich sagen doch schon ein gifft kommt das kann ich nicht sein hat wohl die bericht Prozent der hat mich durch die Gegend gauern wieder und dann habe ich in der Astbolli mehr getroffen weil ich den bis wieder an klicken würde und dadurch habe ich den Fiss nicht mehr gekriegt das ist so nervig mit dem Rumschlörnern einfach das Problem ist ich hängt ganz schön hinterher mit Minions killen das ist gar nicht mal so gut wie häng ich ihn ich glaube wir sind die einzigen die bis jetzt den Turm gekillt haben weil das von daher und wir hängen auch nicht hinterher von mir zum Rest der auf der mitkriegt logischerweise immer an die besten Minions im Vergleich zu Fiss haben wir ordentlich was gekillt und wo kommen die Humor uns ja wohl ich hab Pilze ich hab Pilze Moment ins Gras Pilze, 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 Pilze Mensch du sie hier oben ins Gras weil der Voli wäre das ist glaube ich so ein Typ der gerendt gerne hier ja siehst hier ist hier hinten steckt da nämlich das kleine hier hinten hat er den Gras gesteckt pass auf dann ähm pflanze ich jetzt hier mal da ist noch ein Pilz drin gewesen ja hab ich ganz mal ein Auge hin falls ihr durch den Pilz leuchten wie das nicht bekommen so sehen wir es wenigstens der Pilz sieht das doch auch oder ja so ja pass auf die kommt wieder von hinten ja da hat kommen was warte dann gehe ich hier her Moment das stimmt aber dann gehen wir beide jetzt mal hier so 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 oh we kommen mehrfach für den Köder haben, für den Minion oh 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 Ja los, 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 los ja die kick im Oper ja wohl was bist du tot ja, und ja ja, ja sehr schön ich kann mal zurück base dadurch dass ich nicht wirklich zu Minions killen komme kann ich mich gerade noch nicht auf mein Leben und so aufbauen deswegen hänge ich hier gerade echt noch hinterher ja das kriegen wir mal schön das schöne ist ich kann mir manchmal immer drei Tauberstäbe eigentlich kaufen und damit erstmal loslegen weil ich insgesamt auf meine Items die ich mir skillen will brauche ich genau drei Tauberstäbe das ist echt ziemlich easy am Anfang das passt doch dazu ich mir nochmal kurz die Boots für das Laufkampf du musst mich jetzt erstmal aufs Fressen konzentrieren ach siehst du das ist geil an der Sache ist ja ich habe ja Dings hier ich habe ein Teleport drinnen ja wo porte ich mich da nah hin port mich mal hier hin dann haue ich mich an die Seiten hier mal kurz ein paar Pilzeln was ist das hier der Fizz kommt er soll herkommen der Fizz ach so die gehen hinten um Vorsicht die greifen immer jemand an oh die haben Weltkurs alter die haben Weltkurs gekillt komm her Ruben komm her Ruben Ruben hierher komm 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 drauf ja drauf hier der Fizz der Fizz erst sehr schön jetzt sind der andere kommt der Oliver der hat keine Chance gegen uns laufst du hinten rum ich komm von vorne also ich komm über die Lane hm komm ich ja nur wo ist ja ich komm der ist schon weg ja lass mal die Klinger kümmern oder holst du dir gleich einen Minion und frisst den hier ist er hier ist er ah den Klinger war nicht das vergessen obwohl warte warte krämpf du gegen ihn ich komm von hinten hehehe na jetzt sind sie für mich jetzt hier komm zurück komm zurück ich hab ein Pilz in das Gebüsch gepflanzt falls ich versuche zurückzukommen aber wie er getanzt hat und dann kam ich noch von hinten hast du keinen gefressen Fress ihn Warte kann ich jetzt mal sieht so brutal aus einfach wie der reinbeißt warte ich platziere gleich noch einen Pilz Wollen wir uns kurz mal den Blubar holen ja ich sehr nice Moment wollen wir noch einen Pilz her blubar blubar weil der feindliche Blubar ist immer schon so dass das soll ich uns eigentlich nicht gesehen haben drauf 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 willst du oder soll ich oh oh du hast eine Frage geklärt haha ok ich komm von hinten ah hier unten hier unten ist einer ja hier sind überall vorsicht 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 drauf 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 geile Schaffe zurück 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 obwohl ne also rennt vorsicht ah geil der hat keine Chance hier hier auf den Bollibear noch drauf sehr geile Sache Velcot fest doch Fetzt schon mal über die Teamers aber wenn wie ich gerade im Weint des Teamers da hast du ich keinen Bock drauf hast du sogar zwei hinterher gefressen ne die eine habe ich mit mein Zacken hier bleibt hier bleibt hier bleibt hier bleibt hier anderen ich hätte mir extra einen Pilzer noch nehmen so hier, auf den hier oh oh oh, das geht nicht los das geht nicht los kriegst du ihn? schade, schade, sprach die Maude mir fehlen gerade noch 300 Gold, wenn ich den verkauf kriege ich 160 ist doof gerade ja, ist wirklich ein bisschen doof gerade ich hole mir mal, das bringt mir auch nichts, wenn ich mir das hole äh, was gibt es noch, was ich mir hole? ich geh nur noch den hier am Ende, das hier am Ende, das hier am Ende ach so, ich bin auch voll ja, ich bin voll ja, ich hab gesagt, er ist voll echt lustig äh, dann hole ich mir mal ganz kurz die Boots und dann komm ich mal wieder ich stehe 13,9, ganz gut ja, beeil dich mal, dann würde ich nämlich gerne geh schon weg, geh schon weg, ich hab doch Port äh, hab ich nicht, aber ich bin eh gleich da geh schon weg ja umso schneller du da bist, umso besser ich bin Level 8, der Fitz ist Level 8 wie ist eigentlich Level 8 so oft wie der gestorben ist keine Ahnung vielleicht braucht der da nicht so ähm so, jetzt bin ich Level 9 sehr schön jetzt hab ich erstmal mal Pilze ins Gras muss man hier noch Minions Phrasen sonst wird das hier alles nichts ich bin gerade am Minions killen ich bin gerade am Minions killen